Jetzt ist einer runtergefallen, scheiß drauf. Na dann ist nicht mehr so voll. Das ist voll creepy gerade. Boah, diese Lecks sind echt nicht mehr lustig. Oh, der ist explodiert, der Creeper. Eisen gefunden. Au, au, ich kann nicht mehr. Ja, ich mach jetzt Cobblestone mit ner Schaufel weg. Oha, was eine... Wie, das war grad voll tricky, ey. Ja, aber total. Ja. So richtig extrem. Ja, aber guck mal, ich mach nen Eisenblock weg, und dann versperrt mir durch einen ganz zufälligen Effekt wird mir dann der Weg versperrt. Das ist toll. Obwohl ich da einen Demanten gesehen hatte. Oh, nein. Das Wasser ist runtergekommen, scheiße. Das hier ist jetzt unsere Cobblestone-Farm-Farm-Farm-Farm-Farm. Soll ich wirklich was geändert werden an dem Ding? Was? Bei dem Mieser-Texture-Pack ist eigentlich ganz okay, nur es müsste wirklich was an den Dingens... Licht an dem Schatten so gemacht werden. Ein bisschen. Ein bisschen sehr viel. Du machst das ein bisschen zu schnell, ne? Ja, ich. Okay, wie viel kommst du dann hast du? D-63. Boah. Wie viel hast du? Naja. Wir machen jetzt... Zwei Stacks und 18. Wir kramen uns jetzt runter und machen einfach mal so Straight-Minen, Junge. Das kannst du machen, weil... Für Set Space ist nicht so spannend. Ein Zombie, ein halber Zombie! Ich seh jetzt... WTF? Ich will auch nur einen Zombie sehen. Aber dann muss ich mal einen Unterkörper dazu gehen. Der hat nur einen Unterkörper oder so was? Der hat nur einen Unterkörper oder so was? Der hat nur einen Unterkörper oder so was? Im Oberkörper hatte der nur. Lebt der noch? Nö, ich hab ihn geschnitzelt. Na dann, muss ich auch nicht runterkommen. Äh, 19. Ich werde das vergleichen durch Lava. Das wäre praktisch. Würdest du vielleicht Leitern oder so mitnehmen sollen? Stimmt. Ich kann ja mal kurz welche machen und sie runterwerfen. Ja. Muss auch genau werfen. Sehr genau. Ich brauche mal ziemlich viele Leitern, ne? Fuck! WTF, Junge. Ich grab so ein bisschen. Komm direkt zu Lava. Wer hätte es gedacht? Also das... Ne. Ne. Das kann einfach nicht sein, dass man zu Lava kommt. Oh nein. Das war dumm. Hier ist Redstone, Junge. Boah. Paputt machen. Ah, so geht's. Lauf! 22 Redstone hab ich. Ich frag mich, was für ein hobbyloses Opfer man eigentlich sein muss, dass man so eine eigene Farm macht und da in Eisenrüstung rumläuft. Keine Ahnung, ich weiß nicht, so leeren vielleicht. Ja, oder so fertig. Und sich da gegenseitig tötet, wenn man weiß, man respawnt wieder. Ja. Oh, auch schlau. Ich hab so den Riecher, dass die gleich vielleicht in die Wand kommt. Na dann. Ähm. Dann heißt das jetzt soviel, wie dass ich meine Erde wegtue, stattdessen noch das Brot hin, noch Kohle nehmen. Ich hätte jetzt kommt gleich von hinten ins Gelände und schießt mir den Rücken noch völlig in die Lava rein. Mehr und mehr ist nur praktisch. Ah, da reicht's sogar. Da reicht's auch. Kannst du mir ne neue Spitzsacke mitbringen? Ja. Jetzt haben wir ein bisschen Eisen. Zwei neue Spitzsacke bitte. Zwei? Da muss man den Weg nachverfolgen, weil, ähm, hier ist wirklich, ich bin in der Höhle dran, weißt du? Boah, du bist ja richtig magisch. Mann, diese Texturen vom Mieser. Aber das ist so tief, dass ich runterfallen würde. Das heißt, ich kann gar nicht zu dir kommen. Stimmt. Dann setzt immer Lava hin. Oder ne, mit Wasser einmal. Mysteriös. Dann ertrink ich aber. Wieso denn? Du musst Wasser da oben rein setzen und dann... Wie hab ich jetzt das Eisenkopf in mein Inventar genommen? Ich darf kein Block mehr im Weg machen, nur kommt Lava über mich. Das ist so krass. Warum mal ein paar Fackeln? Ist das da hinten ein Cobblestone? Oder ist da hinten ein Spawner? Cobblestones, wenn Wasser auf Lava kommt, aber nicht halt die Quelle. Nee, da ist nix drüber, nämlich. Das ist Mr. Riegel. Ich hab jetzt noch einen anderen Teil von der Höhle gefunden. Hier sind zwei Wasserfälle. Und dann einfach Cobblestone. Gab dich doch mal hoch. Nein, 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 ich hab nen Weg. Ich brauch einfach nur die Leitern. Die muss mir herunterschmeißen. Gut, ich hab jetzt, würde ich mal sagen, genug Material für mein Zeug, was ich bauen will. Ich bin noch für elf. Oh, weil ich weiß nicht, ob das reicht. Du bist noch für elf? Ja. Hast du was zu essen? Ja, acht. Jetzt geht ohne Leitern los. Ist auch richtig praktisch. Da hinten ist eine Fackel. LOL Bam. Zack. Oh, Mann. Wie viele Fackeln werd ich, äh, wie viele Leitern werd ich brauchen? Weiß ich nicht, bestimmt 70. 70, gut, dann hab ich genug. Die Frage ist nur, wie komm ich jetzt da runter? Weiß ich nicht. Creeper? Ah, das ist zwei Creeper. Oh. Oh, ich war grad fast verbrannt. Crazy. Genau, ja, da kommt einer. Ich bin grad in dem Gebiet, wo du schon mal warst. Oh, jetzt vorbei. Okay, jetzt nur noch einer. Oh, da ist keiner. Ziemlich viel Gold und Redstone. Lol. Redstone. Das leuchtet ja, wenn man es anschlägt, ne? Ja. Wieso, wenn ich grad angrabe, ne? Wird dunkel. Uah. Dein Wieses ist einfach geil. Ja. Was, hier ist dein Loch? Bist du gerade direkt bei deinem Loch? Warte, ich komme zum Loch. Oha. Nein, Alter, wie weit ich schon, wir laufen sind hier. Alter, Loch. So, jetzt komme ich zum Loch. Ja, ich bin unten, ich bin ganz unten. Oh, ich seh dich. Ich dich ne, da oben ist dunkel. Äh, wieso schweben die in der Luft? Äh, lol. Ich hab grad vier Gold-Erz gehabt, ich hab... Nein! Ich bin tot. Scheiß. Ich hab deine Sachen. Sehr intelligent. Nein, ich bin zu voll, Mann! Was ist das? Grab dich schnell nach oben. Ich kann nicht. Mit den Leitern. Ach so, ja, das geht. Oh, du bist ja richtig... Also wirklich, du bist dabei. Autsch. Egal, wann nur sechs Leben, wer braucht schon sechs Leben. Mach schneller, ich will meine Sachen. Leben sind ja jetzt eh, äh... Level sind ja jetzt eh eh noch scheißegal. Wir sterben eh die ganze Zeit an uns selbst und ich an mir. Oh, ich hab überlebt! Hi. Hi. Danke. So. Du darfst doch nach oben kommen, gell? Was? Nach oben. Ich hab doch nicht mal alle Sachen. Ach so. Ja gut, dann warte unten. Du weißt aber, was warte unten heißt? Ja. Gut. So, das hat so ausgesehen, als würdest du jetzt irgendwie eine Leiter runtergehen oder so. War ein Eisener zwar nicht von mir. Nee, Wahnsinn auch nicht. Mein Schwert ist ja schon fast kaputt. Ich hatte noch ne ganze Axt, ne? Wieso können wir die zwei Spitz... Die zwei Spitzungen hab ich genommen, so. Ja, ich hatte immer noch ne ganze Axt, hier. Noch Pfeile? Na ja, genau, ja, okay, hier, da du sagst. Länger nicht noch, ne, ne? Ähm... DIAMANTEN! Wirklich? Ja, lass mich die abbauen, meine. Einer. Ey, Junge, geh mal weg, bitte, geh mal bitte weg. Was ist denn einer? Ja, wohl, drei Diamanten, nein, hast du eingesammelt, gib mir den bitte. Warum? Weil ich die einst, weil ich mach ne Diamantspitzsacke. Nein. Ich geh doch eh hoch. Du stirbst hier wahrscheinlich. Woll. Nice, zwei Diamanten. Jetzt einfach nur hoch und mach die Diamantspitzsacke. Ja, aber die benutzt mir beide, ne? Was ist mit dieser Leiter los? Sie leuchtet. Achso. Ja, natürlich. Okay, dann soll ich mal weiter Diamanten. Ja. Kennen Sie, ich bin jetzt mal so komplett lange in eine Richtung gegangen, jetzt auf der anderen Seite direkt drei Diamanten. Ja. Egal, dann, dann... Ja, so. So. Ja, Mann, Spitzsacke, dann mach ich direkt Obsidian, dann gehen wir sofort in die Hölle, oder? Ja. Wir brauchen gar keine Diamantspitzsacke für den Netatroner. Ja, aber einfacher so. Wir müssen ja auch kein Eisen verschwenden. Diamantspitzsacke. Äh... 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 Erster Erfolg hier, ne? Äh... Aber ja... Jetzt mal ehrlich. Äh... Das ist meine Truhe. Also mit Sachen für meinen Turm. Nein. So... Leitern würde ich auch brauchen. Gut, passt so. Boah, wie viel Redzert du schon hattest. Passt du? Schon? Hey, ich hatte noch ein Stack Fackeln. Ich hab dir doch welche gegeben. 40. Ich hatte ja schon ein Stack. Ja, okay. Dann recht hab ich halt behalten. Ja, wie gesagt. Da fehlen über 20. Er hat total viel Kohle nur mal so. Was? Ist voll schlimm jetzt, ne? Ja. Ja. Wie viel Kohle hast du denn? Drei... Ich kann so 13 oder so. Keine Ahnung. 13. Nein, ich hab gar keine Kohle dabei, aber... Wir haben nur 31. Ja, trotzdem, ich hab doch noch deine Fackeln. Ich hab noch 63 Fackeln oder so'n Kram. Okay. Okay. So, wo bist du? In der Höhle. Das ist nicht wahr. Also, da so'n anderen Weg gegangen. Hey, war noch ein Diamant. Was? Da war noch ein Diamant. Echt das noch mal gefunden? Ja, der war bei der Quelle, wo du... Doch ein Diamant! Lava. Noch ein Diamant! Wie viel? Ja, jetzt haben wir schon mal zwei Diamantspilsacken zusammen. Wo waren die denn beide? Wo waren die denn beide? Wo waren die denn beide?